so denkst du können was lassen oder auch nicht ich weiß wie ich die kamera machen soll egal auf jeden fall herzlich willkommen zurück zu soma ja ich habe mich heute ein bisschen was verspätet hatte gründe ist jetzt auch relativ unwichtig wir machen jetzt genau da weiter wo wir vor zwei tagen aufgehört haben wir werden momentan verfolgt von einem komischen roboter hoffe ich dass wir bei soma hier noch was anderes sehen werden außer roboter davon gehe ich allerdings stark aus ähm ich habe gehört es sollte an manchen stellen auch was kniffliger werden wird witzig ich bin nicht so der mensch für knifflige sachen ähm lesen wir auch relativ selten die ganzen notizen durch die beste aussieht ok gucken wir das alles mal an ok na drehe dich wieder um alle wurden evakuiert viel glück mit der apokalypse super hört sich super an können wir das hier lesen? nein können wir nicht ich würde jetzt einfach auf diesen knopf drücken aber ich glaube nicht dass das ich weiß nicht ob ich das tun sollte können wir mit der karte irgendwas machen? mit den pins? ich glaube nicht, ne? drücken wir mal was? was? ähm keine ahnung keine ahnung muss ich ihn ja machen hallo? den würdestens mal den würdestens mal den würdestens mal ich glaube da war ein wichtiger Weg hier, ne? ok hey, bist du da? ich habe den Dome gefunden oh, das ist besser Simon, war es? äh, Jared, Simon Jared hi, Simon, ich bin Catherine hast du noch herausgefunden, was passiert ist? ich? ich hatte es, ich hoffe, dass du noch ein paar Antworten hast ich habe wahrscheinlich noch ein paar was willst du wissen? woher du überhaupt beginnst? ich meine, was ist dieser Ort? wie kam ich hierher? und warum die Roboter sprechen wie sie sind? du bist in Absalon, klar hast du noch nie gesehen? woher du gearbeitet hast? woher du gearbeitet hast? das Grimoire in Toronto ist das wirklich wichtig? nein ich meine, woher du gearbeitet hast? in Pezos 2 ich weiß nicht was das ist das ist das nicht erwartete hast du direkt aus Toronto ja, ich habe und es war sehr nicht erwartete hast du gesehen wie staff oder techniker wer ist? ähm, weiss ich nicht guten abend Und wo muss ich jetzt hin? Hallo. Guten Abend. Ich hoffe, das war gescriptet und ich bin jetzt nicht gestorben. Wäre ein bisschen blöd. Es leidet immer so lang. Ich sollte vielleicht auftauchen. Nee, ich kann jagen. Ja, ist auf jeden Fall nicht so ganz normal. Kann ich da hochspringen? Nee, doch. Kann ich. Was haben wir denn für komische Leuchtpunkte da? Richtig rausgeputzt? Naja. Ich habe es zumindest versucht. Ich muss in diesem Spiel erstmal wirklich zurechtkommen. Ich weiß immer noch nicht genau, was hier los ist. Die Frau, diese... Catherine? Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt. Ich weiß anscheinend auch nicht, was hier abgeht. Und jetzt laufen wir wie ein Big Daddy von Bioshock unter Wasser. Wie gesagt, das erinnert mich ziemlich stark daran. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Was mit uns passiert ist. Was diese Roboter wollen. Ich hasse Roboter übrigens. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich will draufdrücken. Hallo? Okay, passiert nichts, wenn wir draufdrücken. Gehen wir mal in die andere Richtung. Wir können aber ziemlich schnell laufen, dafür, dass wir unter Wasser sind. Komische Fische sind hier. Ich will mich da lang sein oder hier lang? Ich probiere es nochmal an der Tür hier vorne. Aber ich glaube nicht, dass die aufgehen. Wieso sollten sie auch? Wäre ein bisschen komisch. Ist hier irgendwas zu benutzen? Anscheinend nicht. Ich hoffe, ich glaube, wir haben die richtige Richtung. Kühlen mir nicht sicher. Wir laufen mal kurz zurück. Gucken wir mal auf der anderen Seite auch irgendwas wahr. Na toll, da kommen wir natürlich nicht durch. Ich bin echt mal gespannt, was hier für eine Story hinter dem Spiel steckt. Weil bis jetzt werde ich da noch nicht so ganz schlau draus. Wir haben ja wieder viel Rätselmäßiges machen müssen, habe ich ja schon gesagt. Das wird für mich wahrscheinlich etwas komplizierter. Was soll das hier darstellen? Neulichs drauf machen, ne? Komm ich nicht hoch. Was ist das denn überhaupt? Es läuchtet auf jeden Fall total, aber wir können darauf gar nichts machen. War ich da schon? Erstmal ein bisschen erkunden. Ich weiß nicht, ob das... Also sterben können wir jetzt gerade hoffentlich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so aus. Moment. Ich hoffe, ich muss in diese Richtung. Dass man hier überhaupt nichts benutzen kann, ist schon komisch. Und warum wir hier unten atmen können und so ein Anzug ist... Ich hoffe mal, es ist ein Anzug. Nicht, dass es unsere Haut ist. Das wäre schon ein bisschen gruselig. Wenn es speichert. Wenn es bei Outlast gespeichert hat, dann kam immer ein großer Gegner. So creepy. Wirklich. Bis jetzt noch nicht. Also bis jetzt ist es noch nicht creepy. Bis jetzt das einzige Schlimme hier, diese Roboter. Weil Roboter sind mein persönlicher Albtraum bei Games. Ich mag Roboter nicht. Ich mag das ganze Roboter-Thema überhaupt nicht. Hatte da schon bei Enslaved meine Probleme mit. Weil ich mit denen nicht gut klarkomme. Ich laufe manchmal von nicht hier weg, weil sonst... Hört die Aufnahme wieder auf. Okay, ähm... Ist halt mitten irgendwo im Meer anscheinend. Sieht zumindest so aus. Aber wir haben gut Licht, muss man ja sagen. Aber irgendwie kommen wir ja nirgendwo aus. Hier ist nur Seegrünzeug und ein paar Fischchen, aber auch kein größerer Fisch. Das hört sich an wie ein Roboter. Ich geh mal außen rum, ich will nicht von dem getötet werden. Falls er böse ist. Kann ich ihn anpacken? Wer oder was? Darf ich jetzt so gucken, wie du stirbst? Das... Oh, ich hab's doch schon fast geahnt, dass der böse wird. Ich wollt... ...nur zugucken, wie er stirbt. Jetzt hab ich gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab keinen Plan, wo ich bin. Muss ich hier lang? Er hat schon so komisch gut... ...geleuchtet. Das war eigentlich klar, dass der böse ist. Ich dachte aber, wenn er sagt, ich sterbe, kann ich da vielleicht zugucken. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Jetzt bin ich komisch gespawnt. Da hinten schwimmt er rum. Hier, aber zum Beispiel bei Borderlands, der kleine Claptrap. Ja, ist ganz süß. Den mag ich aber. Weiß ich nicht. Vor allen Dingen, wenn er am sterben ist. Wieso bringt er mich dann um? Ich hätte ihm helfen können, aber... ...so bestimmt nicht. Wenn jemand so unfreundlich zu mir ist. Ich hoffe mal, ich muss jetzt überhaupt hier hin. Ich weiß immer noch nicht, warum ich hier überhaupt rumlaufe. Guten Abend. Da können wir irgendwas antatschen. Wir machen aber erst mal... Gucken wir erst mal, ob wir... Hallo? Hallo? Darf ich dir helfen? Es ist bestimmt ein Fehler, dir zu helfen. Oder du bist ganz klein und süß und hilfst mir. Hallo? Mein kleiner Freund. Will sagen, kann er sich erscheint auch nicht. Wieso schwimmt der jetzt einfach weg? Hallo? Ich weiß nicht, was das für ein Arsch ist. Der sagt nicht immer Danke. Ist doch nichts zum antatschen, aber ich glaube, wir sind in der Nähe von dieser Shuttle-Station. Wie geht der mir jetzt hinterher? Der fliegt die ganze Zeit über meinen Kopf. Das ist schon ein bisschen nervig. Kommt der mit? Der kommt wirklich mit. Ja, vielleicht hilft ihm irgendwie, in dieses Shuttle-Ding reinzukommen. Keine Ahnung. Solange er sich nicht plötzlich in Böse verwandelt und mir von hinten wehtut, dann... ...ist alles noch in Ordnung. Ich habe absolut keinen Plan, wo wir hier sind. Und da wird es wahrscheinlich lang gehen, wenn er... Schon der angeht es hin? Ist hier noch was? Ne, da glaube ich besser nicht rein. Ist das bestimmt so eine Art kleine Taschenlampe, oder? Die haben ja gerade zumindest Licht gemacht. Ich bezweifle aber, dass es der Sinn von dem ist. Als Taschenlampe hier mit rumzulaufen. Arbeitet die Pumpe nicht? Wie, ich muss die nachher zum Laufen bringen, oder so, für den Shuttle. Das wäre es noch. Können Sie mir gut vorstellen. Aber ich habe mich jetzt schon verlaufen. Wo bin ich denn? Aber es ist auch komisch, dass hier keine wirklichen Fische rumschwimmen. Wir haben jetzt zwar einzelne Fischgruppen gesehen, kleine Schwärme. Aber, ja, wie gesagt, es beleuchtet sich auch ein Paar. Und wenn wir jetzt hier wirklich in der Tiefsee wären, dann... Böse. Böse, 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 böse. Ich hoffe, mein Kleiner... Nein, nicht den angreifen. Der Kleine soll mal wegkommen. Alter... Was ist das denn hier überhaupt? Ich weiß doch gerne, ob ich irgendwas von diesen Teilen antatschen kann. Ja, wenn dann irgendwie die Möglichkeit... ...ein paar Sachen anzufassen und dann... Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann Erinnerungen sind, die da drin gespeichert sind, oder... Irgendwie sowas ist es ja. Ob man dann... Vielleicht ein bisschen mehr erfährt über das, was hier passiert ist. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ach du Scheiße, ich hoffe, er sieht mich nicht. Das läuft komplett rot. Okay, da haben wir mal ein paar Fische, aber... Nee, wir gehen sofort weiter. Nun, wir sind richtig. Vielleicht kann unser Kleiner uns ja die Tür aufmachen. Wer verdammt süß. Und er kann es! Der ist ja süß. Es hat sich halt so gelohnt, dir zu helfen, hm? Tschüss! Wie süß! Ja, und jetzt macht die Tür auf, bitte. Mal gucken, wo wir hier reinkommen. Ist echt ein bisschen Bioshock mäßig hier. Kann ich die Tür wieder vielleicht zumachen? Will der mit? Ich glaube, du musst draußen bleiben, kleiner Mann. Na, mach die Tür zu. Zu! War für den Fall, dass wir das Wasser hier abdingsen müssen. Absaugen müssen. Der ist blöd, wenn die Tür offen ist. Ich hab recht gehabt. Okay, es macht aber so einen Lärm. Alles Böse, was da jetzt hinter dieser Tür ist, hat uns eh schon gehört. Ja, der kleine Roboter war echt süß. Jetzt hängt das Spiel aber ordentlich. Das lädt auch schon lange. Ich weiß auch nicht, wo wir die Taschenlampe hier haben. Hier können wir auf jeden Fall wieder ein paar Daten abrufen. Machen wir mal. Ein paar Erinnerungen wahrscheinlich. Machen wir mal. Und die Collection wahrscheinlich nicht. Ich hab alle Spiele einzeln hier zu Hause für die PS3. Da bezweifle ich, dass ich mir das als Collection hole. Benutzen wir das mal? Das ist sowas wie so ein Speicherpunkt. Okay, auf Wiedersehen. Ähm. Da ist hier was tolles drin. Mach auf. Zu wenig Strom. Ja, wie soll ich hier bitteschön mehr Strom herkriegen? Sag nicht, wir müssen da runter. Das ist ja klar. Hier ist auch nichts mehr zum Einsammeln oder so. Guten Abend. So, wir schauen mal, wo wir hier auskommen und was für Gegner uns erwarten. Ich hoffe mal, dass da langsam was kommt. Und dass diese Roboter wegbleiben. Also so kleine Liebe-Roboter wie der eben. Die können da bleiben, aber... Nee, diese komischen roten Roboter labern was von wegen, dass sie sterben. Ich will ihnen helfen. Und dann bringen sie mich um. Das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Ich glaub, die lebt noch. Was ist das denn? Die Haare sind im Weg. Ähm. Sie lässt mich sterben. Ich sterben. Gleich nochmal mit ihr reden. Was ist das denn? Ist das eine Lunge? Sieht ein bisschen aus wie eine Lunge, aber ich weiß... Wir fragen besser nicht nach. Sollte man nicht tun. Hier, zur Not kannst du dich anzünden. Wie ich heiße, ist für den Stream, glaub ich, unwichtig. Und das Game, das macht auch schon ziemlich viel Spaß, aber dieses Roboter-Zeug gefällt mir nicht. Hier, nimm das. Ich hoffe, wir treffen da auf irgendwen oder irgendetwas anderes. Weil Roboter können's irgendwie nicht sein. Weiß ich nicht. Passt irgendwie nicht. Ah, nee, warte, ich muss doch hier irgendwas bestimmt machen, oder? So sieht's aus. Ich muss hier nämlich den Strom noch. Oder auch nicht. Was muss ich denn hier tun? Kann ich hier überhaupt irgendwas dann machen? Kann ich das hier kaputt machen? Dann stört die Alte zwar, aber... Ich muss das hier benutzen. Sie ist tot. Oder? Nee, das Ding pumpt immer noch. Und das hier sieht doch ungelogen aus, wie der Schwanz von dem Alien von Alien Isolation. Sagen Sie sich, irgendwas Alien-mäßiges oder so, ist bestimmt hier. Lebst du noch? Ich will auch nach Hause. So, dann benutzen wir das jetzt mal. Was soll ich damit anfangen? Kann ich das auch rausziehen? Die ist tot. Ich freu mich auch schon. Ist die Medellin nicht mehr so lange hin? Mal gucken, wie das funktioniert, ein gemeinsamer Stream. Joa, die Alte ist tot. Können wir jetzt bitte den Strom hier... Ah, ist alles an. Super, dann machen wir mal zu. Weil wir waren's nicht. Wir wollen uns nicht schuld sein, wenn die Alte tot ist. Okay, doch. Ich will's schon irgendwie schuld sein. Ich möchte doch irgendwas hier töten. Selbst wenn es nur diese komische Frau ist, die gar keine Chance hatte. Ne Waffe hätte ich auch irgendwie gern. Glaub aber weniger, dass wir eine bekommen werden. Ich denke eher, wir müssen uns verstecken, ruhig halten, um die Gegner rumschleichen, die Gegner abschalten, wenn es Roboter sind. Und einfach Glück haben, denke ich mal. Hallo. Strom aus. Strom aus. Wie alt ich bin? Ich bin sehr bald 19. Wieso geht das nicht? Ja klar, wir steigen einfach erstmal ein. Was ist das hier? Emergency Kit kann man nicht mehr nutzen. Tungen wir das halt mal da rein. Okay. Ne, losfahren wollte ich jetzt noch nicht unbedingt. Ich wollte irgendwie gucken, ob das da irgendwie aufgeht. Die Frage ist, wie? Steht ich wieder irgendwie auf? Ist das jetzt nicht die Tür zu sein? Ne. Ne, mit 18 gibt's die große Fahre. Ja. Ne, nicht mit 90. Roter Knopf. Es geht nicht. Okay, dann müssen wir uns wohl hinsetzen. Okay. Wo wollen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen nach Lambda, oder? Die befinden sich hier. Okay, wir gehen mal nach da. So, dann will ich jetzt nichts oder niemanden überfahren. Ist mir das egal. Jetzt kommt dieses Ding schon wieder da runter. Ich will nicht zugequatscht werden. Lass das. Ich will nicht zuhören. Lass mich raus. Die Gesichter sehen irgendwie gruselig aus. Alter, Quatsch nicht. Ich will raus. Ich will das überspringen. Vielleicht, wenn's hochgeht, überfahren wir was. Oder da steht irgendjemand. Das ist ja cool.